Servus! Okay. Die normalen physikalischen Gesetze gelten hier nicht mehr. Nicht? Nö. Kleinbar. Okay. Ja, dann lass mal schauen, was passiert. Orange! Es dampft. Entweder da lang oder hier lang. Oder hier lang. Boah. Das ist cool, es erinnert an einen Teichamber. Hä? Achter. Ja, hier. Okay. Das ist ja der Raum. Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Ein Glitch in der Matrix und die Tür ist wieder auf. Ja, irgendwie kommt eines schon so vor, ne? Wie Matrix. Ja, Matrix enthält ja immer so'n Kram halt. Und so. Ja. Ja, muss sein. Sicher doch. Oh. Okay, das scheint ne Half-Life 2. Probierung zu sein. Hm, ja. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ach, hier geht's weiter. Durch die Kiste. Haha. Ach, schön. Eine Höhle mit ner leuchtenden Ananas. Nein, ich komm nicht wieder in die Kiste rein. Oh. Oh. Hä? Was ist das? Muss wahrscheinlich auch wieder zu zweit drücken. Okay. Ja, bleib du mal dahin. Jo. Drei, zwei, eins, jetzt. Na. Na, eh, nein. Ah. Haha. Ja, genau. Mach Ballerina. Haha. Haha. Jo. Es ist jetzt auf. Da tut sich was, ja. Der Mond. Der Mond. Der Mond. Mit passender Habitation. Yay. Wie geil ist'n das? Wie geil ist'n das? Hoch. Hoch. Klopp. Nein, das wird nur versucht zum Server. Ja. Ähm. Ich glaub das hat's bei mir zerfetzt. Okay. Da sind wir wieder. Beim... ... 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 Oh stimmt, man kann ja hier jetzt auf die Erde gucken. So ein bisschen. Jo, so ein bisschen. Ich hab'n Würfel. Den brauchen wir garantiert noch. Ja. Mach' ma' mal hier Klick. Wusste ich's doch. Machen sogar zwei Würfel anscheinend. Da hinten ist noch einer. Jo. Okay. Irgendwas aktivier' ich da. Ja, halt mal auf'n Würfel drauf. Weil irgendwie geht die Tür hier auf. Weil nö, wir haben ja hier genug Würfel. So, dann hätten wir das, hätten wir das. Und durch einfaches Rätsel. Wow, vorhin. Ach, richtig. Mond-Gravitation. Da kann man sogar durchgucken. Hi. Hi. Ja, okay, lass' legal machen. Ich seh' die Map. Komm' da glaub' ich sowieso nicht durch. Hm. Das sieht doch mal recht edel aus hier überall. Ja. So. Dann zerstören wir uns mal. Beziehungsweise lass' uns auseinanderbauen. Und endlich sehen wir uns mal nicht gegenseitig dazu, wie wir auseinandergenommen werden. Juhu. Bis aufs Licht hat sich hier auch nichts verändert. Okay. Das schaut voll geil aus irgendwie. Nur, dass wir kommen woanders sind. Facebook. Werbung. Da hängt grad mal GLaDOS als Lampe. Was? Designtechnisch gut gemacht, ja? Hey, da sind wir. Da sind wir. Als ich da töne. In T-Stands. Nachher möchte ich nichts mitnehmen. Hm? Wo bist du? Unten, bei GLaDOS. Ey, Portal gehen überall. Okay, da hinten geht's anschein' weiter. Jo. Oder kann man da nicht noch irgendwelche Türen aufmachen? Ne, die sind anschein' alle zu. Hm. Ja, tatsächlich. Ah gut. Oh, da. Schwebt ein großer Turm. Wo? An der Decke. Oh. Genau da. Haha. Gediegen, gediegen. Okay, es scheint irgendwie das neue Hub zu sein. Anscheinend. Ach so, okay, das kann echt sein. Die anderen Türen gehen dann erst auf, wenn wir das Level geschafft haben. Mhm. Huch, aufwärts. Okay. Wieder was ganz Neues. Oh, das scheint doch richtiges Bottle zu sein. Cool. Danke. Wenn auch recht einfach. Hoch. Ja. Mach dein Ding des Nichts auch selbst. Na. Hab ich da noch ein paar... Was ist das hier? Was ist ne Tür? Ich hab hier auch ne Tür, ja. Geht's aber nicht. Steht auch frei im Raum. Eine ganz bescheuerte Idee. Nein, die Lichtbrücke war nicht unsichtbar. Kurz wissen. Dann aktiviert es mal nochmal und ich schau mal da drüben. Ähm. Ach so. Ja, musst du unterschmeißen anscheinend. Äh. Den hat's aus irgendwelchen Gründen zerfetzt. Ja. Nicht ganz. Lass mich mal da rüber gehen. Ich glaub von der anderen Seite geht's einfacher. Leg doch einfach genau dahin, wo er hinfallen soll. Okay. Okay. Äh. Passt. Die knappe Schlampen. Ach komm. Okay. Schade, mit Timing geht's auch nicht. Aber der Knopfstein wirklich alles mögliche zu machen da unten. So wie da Stränge von laufen. Anscheinend, ja. Warum zerfetzt du den ab und zu? Wegen der Wand, glaub ich. Echt? Nö. Oder auch nicht. Ah. Oder doch. Ich hab keine Ahnung. Okay, lass mal so. Vielleicht kann ich den da doch runterwerfen. Ja. Ah, zu einfach. Okay. Drück mal den Knopf. Oh. Ja. Ach. Ich versteh schon. Ich glaub das muss ich timen, oder? Nee, ich muss das timen. Ich muss den Kram da machen. Dann muss ich hier rüber fliegen. Dann hier den Knopf drücken. Ah. Dann musst du da rüber rennen. Okay. Okay. Ja, ich glaub das schaff ich. Warum krieg ich immer die schweren Aufgaben? Bitte was? Du musst einfach nur geradeaus laufen. Sarkasmus for the wind. Ach so. Ui, weiß. Okay, das wird den Teleporter anscheinend. Auch schön. Gut. Äh. Oh, oh. Was? Ja, passt. Ähm. Was, vivo? Okay. Muss ich glaub ich erstmal da hoch. Und das irgendwie mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Haben wir irgendwo Gel? Ach. Nee, ich muss da runter. Nee, ich schätz mal. Darunter, genau. Okay, dann nochmal hoch. Setz dir jetzt schonmal deine Portale. Und dann befördre ich dich jetzt nach oben. Okay. Jo, passt. Das kann ich hier... Fast reingefallen. Was denn? Nein! Okay. Schaff ich das auch ohne deine Hilfe? Ja. Nein! Gut. Okay, jetzt. So. Du bist jetzt da oben. Ja. Okay. Du hüpf. Bringt mir das was? Nein. Okay, jetzt bist du da oben. Und der Knopf hängt an der Wand. Auch gut. Jetzt hast du Coop. Jetzt hab ich Coop. Jetzt komm ich durch die Tür. Schwere geht's nicht, ne? Nee, absolut nicht. Das. Hey, Tür. Hey. Hey. Aber irgendwie kommen wir nicht zusammen. Ach so. Ach so. Genau. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Wo wir... Hier hinkommen. Da wo die ersten Türen waren. Ich glaub das war nur so ein Checkpoint. Das kann gut sein, ja. Ich mach trotzdem Barbie überall hin. Was? Ja, mich hat's zerlegt. Oh. Ähm. Ich glaub da kann ich nicht rein, ne? Ähm. Ja, ich glaub ich bin stuck. Oh. Hm. Schlechtes Mapdesign. Na wieso? Na wenn du hier mal herguckst. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Na mit Tab halt. Naja. Ich komm hier nicht durch. Wenn ich mich töte, komm ich nur an den Teleporter am Anfang. Und dann geh doch mal vom Teleporter weg. Rückwärts. Lass die Tür immer jetzt auf. Ah ne, geht nicht. Okay. Warte. Ey. No clip oder wie? Ja. Ich hab mich, wollte mich selbst killen. Ach gut. Warum fliegt dein Puzzleteil rum? Hm. 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 Na ja, mach mal no clip an, ne? Jo, dann mach mal no clip an. Hm. Und ich seh zu. Wo bist du? Nicht da. Kannst du da zugucken? Ich kann... Ja klar. Mit Tab schon. Hi. Hi. Piece one of four collected. Ach so. Müssen die Puzzleteil finden. Okay. I'm sorry. Wow. So. Bis auf welchen Seite? Gut. Was macht das hier? Äh. Okay, dann ist das doch nicht der Anfang oder... Das war der Anfang. Okay. Okay, auf jeden Fall hab ich Ball. Okay. Verwirrung, Verwirrung. Irgendwie muss das Ding hier weg. Welches ist wo? Ah. Okay. Ähm. Geh mal zu deinem Button darüber. Moment, ich muss erstmal wieder was sehen. So. Would you kindly? Danke. So, ich zu meinem Button, ja. Klick den mal. Genau. Jo. Kann ich meinen Kreis hier ablegen? Und jetzt häng ich ja fest und seh die Wand durch die Paneele durch. Ja, das suche ich auch. So. So. Jetzt würdest du doch da eigentlich rüberspurten können, oder? Eigentlich ja. Wenn du nochmal drangehst. Achso. Huiii. So. Huiii. Okay. Komm gleich. Teleport! Oh Gott. Yeah. Okay. Wenn das klappt, wär toll. Das klappt offenbar. Das hört sich auf jeden Fall geil an. Jo. Oh cool. Das heißt, wir können jetzt endlich zueinander kommen. Ey. Jaaaa. Bringt uns trotzdem nichts. Aber warte mal, vielleicht kann ich hier... Ne. Doch. Mach mal weg. Ne. Mach mal wieder. Ach. Ach. Äh. Geht das bei mir? Ne, da sind ja auch diese... Hitzelaser. Aber. Das geht. Ah. Gut, jetzt muss ich nur auf meine Seite wieder kommen. Ah. Das geht hier, glaub ich. Ich warte. So. Das da, das hier. Äh, ja. Ich glaub ich muss jetzt zu dir kommen. Ja, mein Portal geht jetzt zu dir hin. Weißt du musst deins da zu mir irgendwie setzen oder so. Ah. Okay. Glaub ich. So. Ah. Ja genau. Geht durch. Okay. So. Ich komm schon zurück. Joa. Ja, oder ich komm auch nicht zurück. Ah, doch jetzt. Mhm. Jo. Okay. Let. Es war... schön. Ja. Ja. Ja, ja. Während, ja. 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 Ja, ja.